So Jack, was haben wir heute? Heute ist Heiligabend. Genau, heute ist Heiligabend. Und was heißt das? Geschenke! Nee, heute noch nicht. Wie, heute noch nicht? Doch, heute gibt's Geschenke. Nein, Geschenke gibt's doch erst Weihnachten. Morgen, morgen, wenn der erste Weihnachtstag ist. Nee, heute schon. Heute schon? Ja. Wieso denn das? Ja, heute ist doch Jesus geworden, deswegen gibt's heute Geschenke. Ich dachte, man kriegt morgen Geschenke. Nee, wir haben doch immer an Heiligabendgeschenke gekommen. Hm, Kinder, wie macht ihr das? Habt ihr schon an Heiligabend die Geschenke aufgemacht oder erst am ersten Weihnachtstag? Wir haben schon heute auch gemacht. Okay. Und wo ist ein Geschenk? Das ist noch nicht fertig. Morgen doch erst. Nee, ja. Hm, jetzt musst du dich aber gedulden. Na gut. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt erzählen wir die Geschichte von Jesus. Wie, die Geschichte von Jesus? Na ja, das ist doch das, was wir heute feiern. Die Geschichte von Jesus. Ja, und okay, wo geht sie los? Wo geht sie los? Sie geht damit los, dass ein Engel Maria erschien, der Mutter von Jesus. Und da sagte ihr, Maria, heute passiert etwas Wunderbares. Gott wird dir ein Kind schenken, das soll sie Jesus nennen. Und dieser Jesus wird sein Volk retten. Okay. Und Maria ist dann tatsächlich schwanger geworden. Die hatte schon einen Mann, mit dem sie verlobt war, den sie geheiratet hat. Der Josef und die beiden, die waren zusammen. Und Maria war schwanger, sollte ein Kind bekommen. Aber es gab ein Problem. Wie, was ist das Problem? Na ja, der Kaiser damals zu der Zeit. Hey, Kaiser, was ist das? Äh, wie, was ist das? Ja, was heißt das Kaiser? Weißt du nicht, was ein Kaiser ist? Nee, nee, keine Ahnung. Hm, wie soll ich es erklären? Ein Kaiser ist sowas wie ein König. Ja, über ein Land. Ähm, nicht ganz. Ein Kaiser ist ein König über mehrere Länder, über ein großes Reich. Oh, okay. Also nicht nur über Deutschland. Nee, damals gab es noch kein Deutschland. Nee, noch nicht? Nein. Also das Land gab es schon, aber das hieß noch nicht Deutschland. Okay. Und wer war der Kaiser? Ah, wer war der Kaiser? Puh. Warte, das können wir nachlesen. Lukas Kapitel 2. Ah, okay, was steht da? Ich kann noch nicht lesen. Wie, du kannst noch nicht lesen? Du gehst doch schon zur Schule. Äh, ich habe es noch nicht gelernt. Jack. Da. Es gegabt sich. Wählst du vor. Na gut. Lukas Kapitel 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Was heißt denn geschätzt? Wie, was heißt geschätzt? Nee, ich weiß nicht, was das heißt. Was passiert da? Ähm, gezählt. Wie, und wieso hat er da nicht gesagt gezählt? Puh, weiß ich nicht. Damals sagte man geschätzt. Okay. Und dann weiter. Na ja, dann hat er gesagt, ich möchte wissen, wie viele Leute es in meinem Land gibt. Und dann hat er einfach alle gezählt selber. Nein, er hat nicht selber gezählt. Er hat Leute losgeschickt und die sollten dann zählen. Ach, das ist, das klingt schon besser. Ein Kaiser, der dann selber zählt? Ja, das macht er nicht. Okay, und dann? Ja, und das, jetzt hatten Josef und Maria das Problem, dass sie auch gezählt werden mussten. Wo ist das Problem? Da müssen wir nur warten, bis sie gezählt werden. Na, das war damals nicht so einfach. Die sollten nämlich in ihre Stadt zurück, da wo sie geboren wurden. Okay. Und Josef, der wurde in Bethlehem geboren. Ah, und dann mussten sie da hin zurück. Mhm. Dann mussten sie da hin zurück. Und das Problem war, Maria war schwanger. Jesus war schon in ihrem Bauch drinnen. In deinem Bauch? Nein, im Bauch von Maria. Ah, ich dachte schon, du siehst auch so dick aus, als würdest du schwanger sein. Männer werden nicht schwanger. Ja, ist so. Du siehst so dick. Ey, pst. Dick. Okay, zählt weiter. Wo war ich? Die sollten gezählt werden. Ah ja, das Problem war, Maria war schwanger und sie mussten die Reise nach Bethlehem machen. Okay. Und das sind schon ein paar Kilometer. Und damals hatten sie keine Autos. Keine Autos? Sind sie dann russgefahren? Nein. Und den Zug? Auch nicht. Wie war es dann? Mit dem Esel waren sie unterwegs. Esel? Das ist doch doof. Ja, das ist doof. Aber damals war das so. Und das war keine angenehme Fahrt. Oder kein angenehmer Ritt. Okay. Ja, und dann waren sie da in Bethlehem. Mussten noch einen Ort suchen, wo sie übernachten konnten. Alles war voll. Wie? Wieso war alles voll? Weil Weihnachten war? Nein, Weihnachten war ja noch nicht. Wie war es denn? Ja, weil alle gezählt werden sollten. Und alle Leute kamen in ihre Stadt zurück. Und in Bethlehem lebten ja mehr als nur Josef. Oh, das stimmt. Das klingt richtig. Ja, das sage ich doch. Und dann haben die beiden gesucht und gesucht und keine Wohnung gefunden. Und dann haben sie doch noch einen Stall gefunden. Also keine Wohnung mehr, kein Hotel, aber ein Stall. Ist doch glücklich im Stroh. Du willst ja auch lieber im Bett liegen als im Stroh. Ja, stimmt schon. Also, dann waren sie da und Jesus wurde tatsächlich geboren. Da sind sie noch rechtzeitig angekommen. Da sind sie noch rechtzeitig angekommen, das stimmt. Und dann, was passiert? Und während Josef und Maria und das Jesuskind dann im Stall waren und ich glaube, die schliefen, da waren die Hirten auf der Weide. Wie Weide? Auf der Wiese, draußen vor dem Dorf. Irgendwo waren sie unterwegs und haben auf die Schafe aufgepasst. Ah, nicht geschlafen? Nee, einer muss immer wach bleiben und damit er guckt, wo laufen meine Schafe hin. Da sind doch keine Schafe. Naja, ich habe doch nur gezeigt, die mussten gucken. Wieso denn das? Es war doch dunkel, da brauchen sie doch keine Hand. Stimmt, wenn es sonnig ist, dann braucht man eine Hand, um ein bisschen Schatten zu machen. Ja, also haben die einfach geguckt. Ja, am Lagerfeuer saßen sie bestimmt nachts und haben geguckt, wo sind die Schafe, sind die alle noch da. Das ist gut, dann können meine Kollegen schlafen. Oh, und dann, was war es hier dann? Dann erschien ein Engel vor denen. Es wurde plötzlich ganz hell. Wie ganz hell? Na, so hell wie hier im Zimmer. Oder heller. Oh, okay. Ja, mitten in der Nacht. Wusstest du nicht, damals gab es noch keine Straßenlaternen. Wirklich nicht? Nee, damals war es dunkel. Wenn es Nacht war, dann war es richtig dunkel. Oh, ja. Da gab es keine Taschenlampen. Da gab es keine Lampen draußen. Ja, es war dunkel und die mussten sich ein Lagerfeuer machen, um sich warm zu halten. Und damit sie auch noch was sehen konnten. Oh nein. Und weißt du, wie die das erschreckt hat, als es plötzlich hell wurde? Nee, keine Ahnung. Na, die sind bestimmt ganz erschreckt, so richtig. Oh, okay. Und was haben sie dann gemacht? Haben sie dann mit dem Engel geredet? Nee, der Engel hat mit ihnen geredet. Nee, das hat er gesagt. Das können wir auch nachlesen. Dann lies doch. Oh, steht das. Da. Ja, Lukas, Kapitel 2, Abvers 10. Lies vor. Willst du nicht? Nee, du sollst vorlesen. Pass auf. Da steht, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ja, das ist gut so. Wie, das ist gut so? Die haben bestimmt Angst gehabt. Ja, soll ich nicht zu Ende erzählen? Ja, aber das muss ich doch wissen. Die Hirten haben bestimmt so viel Angst gehabt. Und es ist gut, dass der Engel gesagt hat, fürchtet euch nicht. Ja, das stimmt. Das ist gut, dass er gesagt hat, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Okay, so, ich lese es weiter. Okay. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Oh, okay. Das ist ja super, eine gute Nachricht. Genau. Und weißt du was? Das Evangelium, ja, das Wort Evangelium, das heißt tatsächlich gute Nachricht. Oh, das wusste ich doch gar nicht. Wusstest du nicht? Nee. Evangelium, das heißt gute Nachricht. Und zwar ist es die gute Nachricht von Jesus. Ja, das von dem die Engel jetzt gerade erzählt haben. Das von dem die Engel gerade erzählt haben. Und als sie hier fertig waren mit Zuhören und der Engel, dass sie ihnen gesagt hatte, dann erschienen plötzlich ganz, ganz viele Engel. Ganz, ganz viele Engel. Und was haben die gemacht? Wurde es noch heller? Weiß nicht, ob es heller wurde. Aber dann haben sie gesungen. Wie gesungen? Weihnachtslieder? Nein, nicht Weihnachtslieder. Was dann? Das lesen wir hier auch im Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und das ist super. Ja. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, das klingt doch gut. Mhm. Das klingt gut. Und der Engel sagte denen auch, ja, geht da nach Bethlehem, da in einem Stall. Da ist der Retter der Welt geboren. Der Retter der Welt? Aber das war doch nur Jesus. Ja, der ist doch der Retter der Welt. Ach, stimmt ja. Mhm. Weißt du, wieso er der Retter ist? Äh, äh, äh. Das erfahren wir an Ostern. Weshalb es richtig gut ist, dass Jesus geboren wurde. Okay. Und das dann passiert, da sind die Hirten losgezogen. Die haben sich gedacht, ne. Jetzt, wo der Engel uns das erzählt hat. Wieso haust du auf dein Knie? Ich war gerade so richtig im Erzählen. Okay. Also, da haben die Hirten gesagt, Mensch. Mensch. Dann gucken wir uns das mal an. Was gucken die sich an? Wo das Kind geboren ist. Okay. Sind die losgezogen. Ja. Mitten in der Nacht haben sie sich bestimmt Fackeln gemacht, damit sie was sehen konnten. Und dann sind sie losgezogen und haben gesucht und gesucht, bis sie Jesus gefunden haben. Oh. Ja. Und dann? Hm. Gucken wir mal. Was da steht. Und sie kamen. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kamen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Oh. Oh. Ja. Die haben es nämlich nicht nur für sich behalten, dass der Retter der Welt geboren ist. Die haben es allen Leuten gesagt. Oh. Ja. Ja. Klasse. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob die Leute zufrieden waren. Wieso denn das nicht? Das ist doch gut, wenn der Retter der Welt geworden ist. Das muss doch jeder wissen. Ja. Ja, aber es war Nacht. Oh. Oh. Wurden die Leute in ihrem Schlag geweckt? Ich glaube, ja. Was lachst du? Die sind alle wach geworden. Aber das ist wichtig, dass der Retter der Welt geworden ist. Das muss jeder wissen. Richtig. Das war so wichtig. Und die Hirten haben verstanden, dass das so wichtig ist. Und haben es jedem im Dorf gesagt. Super. Und wie geht es heute? Das lesen wir morgen. Wie ist denn das? Das ist die Geschichte von Jesu Geburt. Und als Jesus noch klein war, endet ja nicht hier. Da war ja noch mehr passiert. Okay. Das aber morgen, am ersten Weihnachtstag. Davon hört ihr dann. Aber eins müssen wir noch wissen. Wieso ist es wichtig, dass Jesus auf die Erde kam? Hä? Weiß ich nicht. Weil der Wunder tun sollte? Ja, der hat er getan. Aber er ist nicht gekommen, um die Wunder zu tun. Okay. Wieso dann? Er ist auf die Welt gekommen, um uns das Licht zu bringen. Die Liebe und die Hoffnung. Wie? Licht, Liebe, Hoffnung. Ja. Das Licht. Wenn wir waren in unseren Sünden gefangen, bevor Jesus kam, wussten wir nicht, wie wir unsere Sünde loswerden. Oh, okay. Und dass Jesus kam, um uns zu retten. Ja? Um uns zu Kindern Gottes zu machen. Aber nur die, die auch wirklich daran glauben wollen. Also, wer nicht will, der sagt Jesus, okay, dann nicht. Aha. Ja. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, der wird gerettet. Und der wird später im Himmel sein. Mit mir und mit allen, die an mich glauben. Okay. Und das war so wichtig. Ja. Denn wenn wir nicht an Jesus glauben, wenn wir nicht gerettet werden, dann werden wir in eine Ewigkeit ohne Gott leben. Okay. Ja. Und das ist nicht gut, wenn man ohne Gott lebt. Denn Gott hat alles geschaffen. Gott ist die Liebe. Und wenn wir nicht bei der Liebe bleiben, ja, dann haben wir ja keine Liebe. Dann wird das nicht so schön. Und deswegen ist Jesus gekommen, uns zu retten, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir mit ihm zusammen in der Ewigkeit sein dürfen. Und auch jetzt schon mit ihm zusammen leben dürfen. Ja, das ist tatsächlich gut. Das Böse, was in uns ist, das möchte Jesus wegmachen, wenn wir an ihn glauben. Gut. Das war die Geschichte von Jesu Geburt. Und morgen geht es weiter mit der nächsten Geschichte. Okay. Na dann. Wiedersehen. Bis morgen. Bis morgen. Willst du die Kamera nicht ausmachen? Leuchtet die noch? Ja, die leuchtet noch. Tatsächlich. Ups. Und aus. Und aus. Untertitelung des ZDF, 2020